Es war so, ich war mal in Hawaii, oder auf Hawaii, und da habe ich eine Hawaiianerin kennengelernt. Sie war ein bisschen kräftiger und sie trug halt Hawaii-Hemden und sie hat sich in mich verliebt. Und dann sagte sie irgendwann, Jürgen, das bin ich, du kannst jetzt von mir haben, was du willst. Und da habe ich das Hawaii-Hemd genommen.